Ja, guten Tag, hier ist Marc Bellinghaus aus Münster, rufe ich an. Ist die Heike Matlage oder wie heißt sie da, vielleicht zu sprechen? Oder ist da der Herr Zänglein? Es geht um die Kündigung. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass sie mich einfach rausschmeißt, ohne irgendwelche Warnung vorab. Ich habe den Platz benutzt auf Crew United, den ich auch anderen Leute, die können da einen Link reinmachen. Hättet ihr mir eine E-Mail geschickt, das geht nicht, ihr könnt ja nicht für eine Petition werben, dann hätte ich das natürlich sofort weggemacht. Aber mich so fristlos einfach rauszuschmeißen, Entschuldigung, das geht nicht, wo sind wir denn? Das ist ja wie in einer Diktatur, wie ihr euch benehmt. Ich finde das nicht cool, ich habe seit Jahren bei euch das unterstützt, ich habe auch immer viel Premium bezahlt. Als Premium-Member müsste man eigentlich da schon eine E-Mail oder einen Anruf bekommen und sagen, hör mal Marc, das geht nicht. Ich meine, jeder Schauspieler ist auf Selbstdarstellung auf eurer Seite da. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr hier Mutter Teresas nachspielt. Also das kann ich so nicht hinnehmen und ich muss euch sagen, ich werde Klage einreichen. Und ich werde das auch öffentlich machen. Weil ich weiß genau, was das soll. Es geht nur um die 50 Fotos, die ich im Internet gestellt habe und da ist auch meine Kunst. Ich bin nicht nur Schauspieler, ich bin Aktivist gegen Kindesmissbrauch. Ich bin Künstler, ich bin Opfer von vier Mitutra-Straftätern. Und wenn das der Grund ist, warum ihr mich rausschmeißt, dann müsst ihr euch wirklich selber leidtun. Weil es geht nämlich natürlich gegen Martin Moskowitsch, den Herrscher von München. Der hat mich nämlich von Anfang an verarscht gegen meine Großeltern. Das kommt auch zur Sprache. Ja, dass ich kann nichts für meine Großeltern. Kannst du was dafür? Kann der Herr Zänglein oder der Seger? Könnt ihr was dafür, von wem ihr abstammt? Nämlich das ist der wahre Grund. Ihr wollt es nur nicht sagen. Und das finde ich zum Kotzen, weil ich habe genug unter dem Arschloch gelitten, Hitler. Das wisst ihr auch. Und mich jetzt einfach rauszusetzen, das wird mir jede Staatsanwaltschaft in jeder Stadt dieser Welt recht geben. Ich kann nichts dafür. Insofern würde ich euch sagen, ich gebe euch eine Chance. Überlegt euch das nochmal. Ihr leiert mein Ding an. Ich will nicht meinen Mitgliedsbeitrag zurück, sondern ich will die Präsenz. Ihr habt meine Präsenz abgefuckt. Ihr habt die einfach von heute auf morgen rausgeschmissen. Und jeder Richter wird sehen, da muss ein Grund dafür sein. Und ein Grund, dass ich da eine Petition, wo es hier um Kindesmissbrauch geht, da solltet ihr eigentlich froh sein, dass ihr dann Aktivisten habt und nicht nur irgendwelche labernden Schauspieler, die alles tun, was der Regisseur, was der Intendant oder was irgend so ein Arschloch-Producer tut. Ich bin nämlich wirklich von Bernd Eichingams gebraucht worden, als ich noch 21, 20 war, im Namen der Rose mich vorgestellt habe. Da hat er mir seinen Krug in die Nase gedrückt. Wenn ihr das nicht glaubt, dann könnt ihr mich anrufen und sagen, hör mal, Marc, hast du da ein Problem, dann mach das. Der Kerl ist tot. Wie soll ich den nochmal zur Rechenschaft ziehen? Ich gehe gegen den Horst D. Scheele jetzt schon vor, öffentlich. Ich habe ja auch die Unterlagen schon gepostet, wo der mich eingeladen hat in sein Scheiß-Office. Ihr solltet mal mit Herrn Zänglein reden. Das ist nämlich wirklich, dass ich mich komplett verarscht fühle von euch. Ist nämlich umgekehrt. Ich habe Premium-Membership gekauft. Das hatte ich mir eigentlich gar nicht leisten können. Ich habe mir das Geld dafür sogar geliehen. Und ich habe jetzt endlich Erfolg. Mir ist nämlich hier in Münster mein Theaterstück geklaut worden. Und ich habe das nachgewiesen. Ich habe zwei Stunden vor Gericht gekämpft. Und ich finde das echt traurig von Crew United, die ich euch von Anfang an unterstützt habe. Ich bin auch nicht mit euren Gegnern gegangen, mit denen ihr euch da gestritten habt. Ja, also ich gebe dir nochmal eine Möglichkeit, mit den Herrn Zänglein oder Seca oder wie auch immer zu reden. Auch mit der Dame. Ich nehme das nicht so hin. Das ist eine fristlose Kündigung eurerseits. Und zwar nur, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Ich war ein sehr erfolgreicher Schauspieler. Ich habe mit John Connery vor der Kamera gestanden. Mit Uli Mattis auf der Bühne. Mit Becker, Marit Becker. Habe ich im Bruder gespielt. Ich habe 50 Rollen oder mehr gehabt. Und das habe ich auch alles da eingetragen. Das seht ihr. Ihr könnt mich nicht von heute auf morgen einfach so rauskutten und rausschmeißen. Das geht nicht. Da werde ich Klage einreichen. Ich werde die gewinnen mit links. Das wisst ihr auch. Ihr habt das nur, weil ihr wisst, wer ich bin. Und ich habe mich jetzt geoutet als Hitlers Enkel, weil ich genug Beweise dafür habe. Weil ich werde nach Israel zu Yad Vashem. Und ich werde mich bei den letzten Holocaust-Überlebenden, wie ich das schon 2009 gemacht habe, da hatte ich nämlich eine Freundin, die hat den Holocaust in Auschwitz überlebt. Ich bin kein Rechter. Ich bin kein Nazi. Ich bin genau das Gegenteil. Ich habe sogar jüdische Vorfahren durch meine Mutter. Also würde ich euch sagen, überlegt ihr, was ihr macht. Das kann ganz, ganz miese Publicity für euch bedeuten. So, und jetzt um 15.07 Uhr haben die einfach aufgelegt. Das ist Crew United, die ich seit Jahren mit meiner Kohle unterstützt habe in einem Premium-Membership. Das muss man sich mal vorstellen. Herr Zänglein, Herr Seke, was soll das? Und Frau, wie heißt sie? Heike Mattlage. Was soll das? Sie wissen ganz genau, warum Sie mich rausgeschmissen haben. Grundlos. Wo sind wir denn hier? Sind wir schon wieder 1939 oder was? Das geht nicht. Und das wissen Sie, dass das nicht geht. Und das geht nicht.